hallo und herzlich willkommen zu diesem evolution und unsere kleine süße maus sie ist fleißig hier am trainieren ein bisschen ballett machen aber ich weiß gar nicht ob es so körper vom gehört aber ich denke mal schon oder sie soll schwimmen gehen kann ich so einen pool aufbauen geht das ich hoffe kann ich hier einen pool aufbauen ach hier das reicht erst mal so ein kleines oh wie cool das hier aussieht ne der pool hier ach ja warum ich jetzt ach ja sage ist das ist ja nicht so wie in Sims 4 sag ich mal oder Sims 3 guck mal wie cool der pool hier aussieht Alter Alter schaut euch das mal an das sieht doch schon mal mega aus wie das aussieht das sieht doch schon mal cool aus also in Sims 2 war es auch schon richtig geil ne die Grafik das ist richtig gut gemacht würde ich mal sagen gut in Sims 3 und in Sims 4 sieht es ein bisschen besser aus aber aber für Sims 2 ist es schon nicht schlecht gewesen guck wie ist es schön das hier Spiegel vom Hundehaus hier da ey was soll das hier jetzt sieht man das ganz gut die Spiegelung ist auch sehr gut ah Alter wie geil auch cool ach jetzt kann man hier die Decke hier sehen da auch cool ah ne das ist der Dach Fail das ist doch schön das ist mir klar was dann dann gehe ich auch spielen ja jetzt hast du drei Minus ne nur weil er nicht zur Schule gegangen ist selber schuld das ist auch nicht mal lange ne in drei Tagen Mami ist da Mami ist da Mami ist da welches das ist kein Problem ja das ist nicht die Bombe ne so kannst du nicht hier spielen eben steht da nur na ich spiele es mal so ja ja das ist ein bisschen das ist ein bisschen das ist ein bisschen Ja, das kannst du auch in den Kühlschrank reinstellen, ne? Und danach kannst du was essen. Ah, gut, das macht dir auch Spaß, super. Ah, schneit wieder. Gott, wie viel Stapel Dingsy braucht. Das sieht aus. Ich glaube, die müssen da zugleich ihre Fähigkeit hier... Ihhh, das kann man ja jetzt nicht mehr essen. Wie schnell das Schlecht wird hier. So, aufräumen. Danach kannst du gerne... Sag mal, was ist denn hier? Ich muss ins Bett gehen. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. So, sie schläft sowieso. Das dauert jetzt ein bisschen. Oh, wie schön das hier aussieht. Sieht schon cool aus, ne? Dass hier überall Schnee ist. Cool, ey. Das sieht so leer aus hier hinten. Hier voll abgeschnitten. Da geht es nicht mal weiter. Aber ich kann auch nicht hin, ne? Ich kann hier nur... Hier auf meinem Gebiet bleiben, ne? Ja, siehst du? In Sims 3 und Sims 4 konnte ich ja natürlich überall hingehen. Aber hier geht es leider nicht. Oh, schade. Ich hätte gerne gesehen, ob da... Man da runterfahren könnte. Man weiß ja nie, ne? Sims 2! Ja. Jetzt mal. Oh, die tut malen. Was malst du da? Ach, nicht wundern, ich habe in Sims 2 auch Bilder reingemacht. Kann man ja machen. In Sims 2 gibt es extra so einen Ordner, wo man auch andere Bilder reinmachen kann. Und ja. Ich habe ein paar Bilder reingemacht. Ich finde es schade, dass man bei Sims 3 und Sims 4 das nicht machen kann. Dass man so seine eigenen Bilder reinmachen kann. So wie in Sims 2. Und dann der einfach so aufmalen lässt. Dass man das einfach hier im Haus so besser dekorieren kann, sage ich mal. Da hat man auch andere Bilder. Nicht nur immer die gleichen. Die sieht aber hässlich aus. Musst aber noch viel üben. So, und diesmal geht die Klingeln auch zur Schule, ne? Oh, er will was. Kommando beibringen. Rollen. Und dann geht raus mit ihm. Okay, sie hat keine Lust, den Hund was beizubringen. Man merkt das schon. So. Ich habe nur eine Toilette, ne? Ich bräuchte dich zwei. Okay. 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 Und dann kann sie noch was ein bisschen spielen. Und dann kann sie noch was trinkeln. Und dann ein bisschen aufwärmen. Ich bin schlafen jetzt. Achso, die schläft jetzt auch. Die Bienen schlafen jetzt. Ich bin schlafen jetzt. Prozent Kinder Prozent 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 die Städte Arbeiter er ist wieder nicht der Marktkommission so kann sich aufstehen Ah, Katzenklo, Katze auch Salbeam. Das sieht auch schon ekelhaft aus. Guck mal, was die Doofe gemacht hat. Genau, da gibt es ein Spelen. Jetzt kannst du was trinken. Was für ein Leck. Wer ist das denn? Wer bist du? Du trinkst hier einfach ein. Das ist ja gut, ich komme halt irgendwann vorbei, aber du bist trotzdem unheimlich. Gott, hab ich mich erschrocken. Das denn? Ach, hier. Nee, komm, zur Schule gehen. Du bist letztens nicht gegangen, du Doofe. Ja, du wirst in zwei Tagen Teenager und du hast immer noch nicht deine Eins bekommen. Vor allem, was ist das denn? So, Tonner aufheben. Achso, die ist arbeiten. Schön, er ist nicht arbeiten gegangen. Hast aber toll gemacht. Der ist so doof manchmal. Oh, wie schön, dass sie dampft. Der Pool ist warm. Guck mal, kannst du auch einsteigen. Er hat die Katze voll im Schnee versunken. Oh. Jetzt nicht mehr. Jetzt schon. Jetzt nicht mehr. Boah, schneid es hier. Was? Was ist mit dem Leck? Ja, ich würde sagen, du sollst zur Arbeit gehen, ne? Steht gerade. Der Dorfmann. Das ist ein Vorspulen hier. Und Erik kommt zu spät zur Arbeit. Ach ja. Ach echt? Oh, weil er keine Karten gespielt hat. So. Achso, ich kann ja nicht mit dem Steuern. Fail. Jetzt hat er keinen Job mehr, oder was? Jetzt hat er keinen Job mehr, oder was? Doch? Nee, aber zu. Ja, dass die sich nicht um sich selbst kümmern, ne? Das ist echt traurig. Oh, wenn die Kleine eigentlich da ist, dann tut sie erstmal was trinken, dann tut sie Zwei Plus! Yeah! Jetzt hat sie wieder ihre Zwei Plus. Sag mal! Ja gut, ist ja schön. Aber wo ist seine... Ist das seine Hausaufgabe? Du Dodo. Ach Gott, dann sieht man das hier. So. Du kannst jetzt erstmal was zu dir nehmen. Bisschen was daddeln. Hausaufgaben machen. Dann noch wieder Logik. Dann was trinken. Oh, diese doofe Katze. Oh, jetzt weiter. Oh, das tut mir leid. Oh, das tut mir leid. Dann muss er halt auf den Klo gehen. Oh, das tut mir leid. Ach komm, spiel mit ihm hier. Dann hört er auf zu heulen. Oh, du kannst nicht zu deinem eigenen Rechner gehen, du blödes. So bumm. Hier. Oh, das reicht. Du machst jetzt erstmal deine Hausaufgaben. Was? Annalena wird morgen um 18 Uhr altern. Plane eine Geburtstagparty. Kaufe Annalena einen Kuchen. Ah ja. Man muss ja einen Kuchen kaufen. Wuhh. 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 Ich habe es nicht geschafft, eine Eins mit ihr zu machen. 75% wird es mich verarschen. Na komm, mach mal hin. Hier ein bisschen. Logik spielen. Schach spielen. Wird schon. Mitmachen. Ach doch nicht. Okay. Ach toll. Ey, was macht er hier im Bett? Komm. Verhau dich, Mann. Verhau dich. Losfall. Piesel dich. Geh. Hier in dieses Bett. Du doofes. Yes. Geh mir voll auf die Eier. Komm nicht so. Mach irgendwas. Ja, dann mach dir doch was zu essen. Ah. Oh, sag mal, was ist hier mit den Sims los? Die haben Hunger aber gegen trainieren. Was? Geht doch essen. Oh, der Hund hat Hunger. Die Doofen. Ach ja, ja. Auffüllen. Auffüllen. Und auffüllen. Ach, Mann. Wollt ihr mich verarschen hier alle? So. Du würdest mich verkackern. Komm her. Wohin? Du sitzt hier ins... Ach so, wegen dieser doofe Katze, Alter. Toll. Danke, du dummes Vieh. Ach, Mann. Das ist echt so ein doofe Vieh, Alter. Piss dich. Ich glaube, der stirbt bald, ne? Sag mal, kannst du aufhören und dir was zu essen machen? Ja. Ey, wie du stirbst für deine Tochter, Alter. Ich hab da keinen Bock drauf. Was ist sein? Und geh, Mann. Geh mit Gott. Geh hier hin. Ist mir egal, wenn du sterben würdest. Aber mir egal. Sag mal. Willst du mich verarschen? Geh hier was zu essen machen? Keine Ahnung. Mir egal. Ach, Mann. Sie soll ne eins machen, auch. So. Kriegst du wieder nicht hin. So, komm. Aber... Äh, bleib da? Jubeln. Mach jetzt deine Hausaufgaben aber ganz schnell. Ach, sie hat's geschafft. Ach, gut. Zur Schule geh. Los. Gott sei Dank. Und wo ist der Kuchen? 18 Uhr hat die Kleine Geburtstag. Kuchen kaufen? Kuchen kaufen? Wollte mich verkackeln. Warum muss ich jetzt einen Kuchen kaufen? Und wo ist der Kuchen? Euer Ernst jetzt, dass ich jetzt hier durchsuchen muss, wo dieser Kackkuchen jetzt ist? Hat doch keine Ahnung, Mensch Leute. Was ist hier? Man weiß ja nie. Ah, man kann ein Auto reparieren. Hm. Ach, ist hier nicht, Mann. Ja, da gibt's halt keinen Kuchen. Ich wusste mal, wo das mal war. Aber jetzt nicht mehr. Oder sowas. Kannste keinen Kuchen backen? Oder ihr hier? Kannste keinen Kuchen backen? Oder muss ich ins Geschäft, ähm, äh, zum Geschäft gehen? Was ist das denn? Obstbaum kaufen? Erde kaufen? Was? Was ist euer Problem hier? Ich weiß nix, wo hier was ist. Äh, Erde? Ja, Erde. Ah, ist ein bisschen Erde. Möchtest? Nein, natürlich nicht. Das meint er natürlich nicht. Sag mal. Alter. Ich fühl mich voll verarscht hier. Hier. Geh ich mal hier. Oder? Das finde ich doch, diesen Kuchen. Oder auch nicht. Man weiß ja nie. Einen Tannenbaum hab ich gefunden. Was soll ich mitkriegen? Ach komm, so ein Tannenbaum. Für gerade Weihnachten. Also in Sims. In Sims 2. Hier ist kein Kuchen. Tja, mein Kuchen. Ich weiß, was man Kuchen hier kaufen kann eigentlich, aber... Nix ist. Ich will Kuchen. Kann ich hier nicht irgendwo rein schreiben, dass ich einen Kuchen haben will? Ich weiß, dass man hier in Kuchen kommen kann, aber ich weiß nicht, wo das ist. Ach komm. Ja, keine Ahnung. Man muss halt so altern. Tut mir echt leid, Leute. Aber ich find's ganz einfach nicht. In Sims 4 brauche ich nur einen Kuchen backen und dann war's das schon, oder? In Sims 3. So, ich bin gespannt, welche Note sie dann kriegt, wenn sie gleich Schulschluss hat. Um 15 Uhr? Ja. In anderthalb Stunden? In einer Stunde? Halbe Stunde? Jetzt müsste sie gleich kommen. Was? Der Vater ist tot! Was? Fail? Wo ist er? Wo ist er? Warum ist er tot? Wo ist er? Was? Warner! Sie hat ne Eins! Aber keine Eins los. Yay, aber... äh... Wo ist der Vater? Der ist tot? Oder was? Wieder Berlin! Wenn ich wüsste, wo... Der Sensenmann jetzt ist? Oh, ey, das tut mir echt leid, Leute. Ist doch nicht euer Ernst. Jaja, Leute, den werde ich mal für diese Folge für heute beenden. Leider ist der Vater jetzt hier verstorben. Ich weiß nicht, wo er hier ist. Der ist... Der ist hier weg. Der ist hier nicht. Ach, scheiße. Oh, da ist er auf der Arbeit gestorben. was ey, das ist ganz schön die Viecher mögen sich auch nicht mehr so Leute, wenn es euch gefallen hat Daumen nach oben und schalten mir bitte ein paar Kommentare dazu ich würde mich sehr freuen bis zum nächsten Mal wenn es wieder heißt, die Sims Evolution